Ohne Mamm kein Kampf. Naja, und im Krisengebiet gibt es halt leider keinen Lieferservice. Und auch keine Supermärkte, zumindest nicht da, wo wir im Einsatz sind. Daher müssen wir unser Team und auch unsere Patientinnen selbst mit Essen und Trinken versorgen. Mit deiner Spende an Cardus sorgst du dafür, dass bei uns vor Ort die Küche nicht kalt bleibt. Cardus supports. Support Cardus. Spende jetzt auf betterplace.org.